Aufnahme starten. Herzlich willkommen, das ist ein neues Format. Ich zock mit den Leuten, mit denen ich früher Leak gezockt habe. Die sind alle nicht mehr so up-to-date. Und einer sucht gerade nach Aftershock. Moment mal, ich muss schon unterbrechen. Du zockst mit deinen Freunden, nicht mit denen ich früher Leak gezockt habe. Was hast du für eine Ansage hier? Mach nochmal neu. Das ist ja unfassbar. Unser Top-Leader Kanu Chugat, und der ist gebannt. Ich muss gegen Zoe ran, weil irgendeine Idiot sie nicht gebannt hat. Absolut lächerlich hier. Moment mal, ich dachte, du machst die Aufnahme neu. Ja, soll ich die Aufnahme neu machen? Ey, ja. Okay, ich sage nichts mehr. Tim ist schon bedient. Neustart. Komm, schlussle. Erstmal zeige ich dir, dass ich mittlerweile Malser erkannt kann. Jona, guck dir bitte mal das hier an. Wir sehen, der hat fast 60 Pro sein München. Echt? Ich oder keine Ahnung? 60% Win-Chance. Ja, dann müssen wir dich in den Videos jetzt auch Johnny nennen. Nee, 60% Win-Chance. Shit. Du, hör mal was. Du hast mich da... Hey, ihr wart die Erste, den ich Johnny genannt habe. Was? Ich hab dich Schmuel genannt. Das will ich auch weiter betreiben. Oh, du bist so durch. Du bist so durch. Was nehm ich denn? Ja. Wie Marion einfach über drei Jahre versuchte, dass sich dieses Schmuel durchsetzt und das einfach niemand gesagt hat. Doch, das ist doof. Das hat sich im Leistungskurs... Übel, Alter, weil der richtig Impact hat. Das hat sich im Leistungskurs... Im Leistungskurs, ja, ja. Ich kann auch 1 Komma stehen. Ich hab nur keine Lust zu lernen. Rechtschreibung wird nie ein Problem. Nein, das ging Timo. Oh, shit. Ahm. Shit. Ich weiß gar nicht, was ich aufgenommen habe. Also ich wäre dafür, dass die Aufnahme ingame nochmal startet und wir versuchen wenigstens einen guten Start hinzubekommen. Nein, 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 abgelehnt. Das wird hier durchgezogen. Ich weiß nicht, dass die erste Minute schon so verkackt ist. Wir können uns nicht mal eine Minute zusammenreißen. Was hast du erwartet? Okay, nein. Okay, Gleit, Gleit, was war los? Gleit oder Exhaust? Zehn Sekunden, Gleit oder Exhaust? Okay, Gleit. So, jetzt bin ich zurück. Ich musste mich muten. Jura, sorry, ich hab nicht ganz verstanden, was du gesagt hast. Ich hab nur was von Rechtschreibung gehört. Das würde mich in meinem Leben nicht beeinträchtigen. Nee. Hat's doch nicht. Immer der Berufswahl. Ja, okay. Möchtest du die Story bis zum Ende erzählen? Ich meine, am Ende war es ja nicht schlimm. Deswegen kannst du es ja auch erzählen. Ach so. Nein, nein, nein. Soll keiner wissen, was ich hier mache. Das wäre nicht schlau. Ach, wie ehrlich? Oh, scheiße. Sozialarbeiter. Auf der gewissen Art, du weißt, stimmt das? Ja. Alter, musst du rülpst in meiner Aufnahme? Ich hab einen halben Tag eine Socke von mir gesucht. Und ich merke gerade, dass ich in meiner Jogginghose drin bin. Vor allem, ich kann mir richtig vorstellen, wie Marius seinen halben Tag wirklich auf die Socke spezialisiert ist. Okay, wir machen jetzt eine Liste. Wo könnte sie sein? Wenn man sechs Wochen nur rumsitzt, dann werden die Dinge einfacher. Ei, ei, ei. Okay, ich muss euch irgendwie... Ach so. Ah, okay. Gehen wir das Ganze mal... Was ist denn jetzt mit Disco? Okay, übelst auf die Fresse, sehe ich jetzt schon. Was? Nein, wir haben einen soliden Teamkopf gepickt, gut kommuniziert darüber, was wir spielen wollen. Und dementsprechend eine starke Kombo. Feet Vayne und pray to God. Project Vayne. Oh, Iona, als Tim ist als AD relativ rage-anfällig in letzter Zeit gewesen. Hast du dir nur einen Skin gekauft? Nur als ADC? Ja, aber als ADC besonders schlimm in den letzten Tagen. Oli, du hast ja gar nichts gesagt. Doch, aber mir hat es gar dazu. Ah. Alles wie immer. Alles wie immer. Bei mir ist jetzt irgendwie so ein Discord-Zeichen rum, aber ich würde das gar nicht haben. Discord. Streamer Road is enabled. Streamer... What the fuck? Habe ich den neuen Shen überhaupt schon mal gespielt? Den neuen Shen. Entschuldigung. Ja, Suri ist ganz stark. Kannst du eigentlich die Ulti auf die machen, während die nach vorne springen? Ja, aber sie springt trotzdem zurück. Ist dein Ulti dann außer Range oder ist sie dann so weit? Das weiß ich nicht, aber so oder so ist es scheißegal, weil das Feld da drunter kein Damage macht. Also eigentlich war der Pick ziemlich kacke, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, aber... Ich weiß noch nicht. Harry wurde voll hart genervt. Ich glaube, man spielt das gar nicht mehr. Also auf Ludo schon. Was wurde hart genervt? Ja, kann man. Ich habe keine Ahnung von diesen... Ey, hier, der Team hat Ignite, Oli. Also immer ruhig chillen, ne? Einfach auf die Lange zurück TP. Was? Ja. Presse-Attack? Hm. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Nee, ich habe das gemacht. Was? Ey, warum steht da mein Name? Hä? Nee, ich wurde nicht nur über die Mastery, weil sie... Wie soll ich das formulieren? Das war Pro-Bilds-Guide. Ja, kann tatsächlich sein. Vielleicht spielt das irgendwer. Ist so 0,20 gegangen. Jo. Also ich glaube, die meisten spielen immer noch Elektro-Q-Dinger. Was besonderes. Ja, das ist wahr. Alter, schön, das war ein E. Gib ihm. Ich habe ja den gestern ja quasi Masuri gespielt, bin 15 Mal gedodgt insgesamt. Nur, damit ich den Chaplin die ganze Zeit spielen kann. Und jetzt spiele ich das erste Mal gegen sie und sie ist halt echt ätzend. Ich habe nur das... Also keine Ahnung, ich finde das weh. Was ist das bitte? Ja, ist halt mal was Neues, ne? Ja, aber es ist doch so übertrieben, so keine Ahnung, es drops nicht so oft was. Ja, der Tims Bruder hat irgendwie auf Level 2 ein Hextech-Gundain bekommen. Ja, ja, das ist normal. Aber du kannst dich ja contesten, ne? Also er muss das Mini-Nav4 ja lastet, ne? Und du hast ja Counterplay. Ach, das wird dir angezeigt, auch als Gegner, weil ich das Mini-Nav4 ist. Ja, ja, auch als Gegner. Auch was sie gerade hat, wird dir angezeigt. Also es ist... Da gibt's schon Counterplay. Du, hier, bist du bereit, Tim? Äh, Olli? Ich kann's Morgana nehmen. Hallo, kannst du nicht... Digga, kannst du nicht... Nee, ich bin da mit 2, Digga. Reicht mir. Ja, aber wie du hast denn, taunt er noch nicht. Weil ich den nicht brauche, weil es ging jetzt auf der Top-Land. Ja, genau, damit ich... Ja, mach ja mal und komplizier das nächste Mal, ne? Wenn der Oliver das weiß, dann skitterst. Ja, ist das klasse. Aber sie hat Cut-Cleanse, das ist leider ein bisschen ungünstig. Aber auch nicht so wild. Ja, ich bin aufgedeckt, aber egal, das durch... Ja, aber die ist... Würde ich einfach... Ja, genau, guck dir das an, Alter. Warum hast du nicht die ganze Zeit nur gespielt, wie OP-Spiele noch mal? Ja, richtig. Scheiße. Das hat ja lange gedauert. Aufnahme Nummer 1, RIP. Nein, Spaß. Das wird durchgezogen. Bis mein Account gesperrt ist. Nee. Ich hab's ja nicht durchgesagt. Das stimmt. Ja, Malzor ist leider echt kein guter Pick dagegen, aber irgendwie dachte ich... Moment mal, Bart... Achso, die kann Stopwatch noch nicht so viel benutzen, wenn sie diese Mastery oder Runa hat, ne? Ich wollte gerade sagen, warum hat die... Ja, das ist irgendwie in Minute 6, glaube ich. Oder? Ja, irgendwie sowas. Wie sieht's Bot aus? Ja. Wir haben First Blood. Und Second Blood geholt. Die pushen jetzt rein. Die pushen jetzt rein, das wollte ich... Was spielst du für eine Rune-Page auf, Lulu? Ach. Irgendwas blau ist und dann... Nee, ich dachte irgendwie... Ich dachte irgendwie... Irgendwie dachte ich, wir haben normale Rune. Irgendwas, was die Morgana auf Level 1 was one-shottet. Das ist leider zur Zeit ziemlich viel. Bot ist Easy-Gank, wo die gewardet haben, aber du kannst einfach durchlaufen. Ja, warte, ich... Ich bin keine Summners. Ich hab durch. Ja, ich hab die Wards. Egal was. Sieht doch bis jetzt ganz so schlecht aus. Guck mal, Marian komplett aktiv auf der Map. Oh. Guck mal, hier liegt der Teleport gegen sie einsommentiert. Warum liegt da der Teleport? Sie kann den Recall einsommentieren? Oder was ist das hier? Oder bist du mit an den Barsch? Na, warte. Nö, ich bin voll fein. Also auf Level 6 können wir... Wenn ich mal Level 6 hab, können wir die ja töten, aber bis dahin ist alles gut. Mal wieder eine Wölfe. Ist das behindert. Alter, der Dämmel ist schnell auf uns. Ey, geht der Flashdown noch bei Shen, oder? Äh, ja, aber du musst ganz genau drauf. Mit deinen... Also du musst quasi Top machen und dann exakt auf die Stelle, wo du hin willst. Nee, nicht so. Ja, kein Problem. Ich muss ein bisschen pushen. Ich brauch noch eine Wave für BF. Okay, ich lass... Ja, ich zieh noch mal Top. Mach jetzt mal die Gräser bis durch. Alter, das müsste ja ein Easy-Kill sein. Guck mal. Ja, true. Aber wenn du deinen Torn triffst, ist Ende. Ist nicht geworden. Ja, ich würd' sagen, hast du Flash? Ja. Jock durch und du taunt es dem Bastard. Flash taunt, Alter. Bin ich eigentlich im Busch drin oder nicht? Nein, du brauchst mich gar nicht, ey. Nee, schluss. Ist kein TP, ne? Ich helfe mal durchbuschen. Ich glaub, egal. Lass hierbleiben. Ich glaub, wir können die killen. Ich hab noch... Ich hab noch hier... 13 Leger, halt. Wäre nice. Lass draufgehen, oder? So, Leute, jetzt zeig' ich mal. Ich hab jetzt ne Ulti. Ich komm nicht hin zu zeigen. Sie ist die ganze Zeit so dumm, die Dinger zu lasteten, die... Du sechs, Oli? Äh, Jonah? Zwei Sekunden. Ich bin sechs, ja. Aber mitlein ist super easy, also. Aber wir können die killen. Wenn du kommst, ist die safe tot. Ja, ich bin da. Schade. Warte, 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 warte. Gebt ihr hin. Jetzt, let's go. Ach, ich hab nicht so. Nein, Gott. Na gut. Ich hab nicht so. Ja, ihr könntest ruhig was sagen. Das ist gut. Ja, ich hab die, ich hab die, ich hab... Ja, ich hab das nicht gehört. Ich hab kurz aufgeliebe. Bucks, glaub, der eine geht, reicht nicht. Ja. Da, da war mein Dot drauf. Ja, da hätten wir einfach nur bei den killen können. Ja, 100%. 100%. Aber, das war alles so recht. Aber du warst ja kurz davor einzupennen. Das heißt, lieber auf mich drauf ist. Das war ein bisschen... So, oh, gleich will ich's jetzt sehen. Ab in den Turret. Ja, ja. Ich verstehe diesen Champion noch nicht ganz. Ja, ist nicht so... Nicht so wie ich. Nimm die Borderline unter Kontrolle. Sie hat ja geflasht, ne? Geh-hit müsste ich wahrscheinlich auch haben. Flasht auf jeden Fall. 2-0. Willst du Blue? Dafür Supi. Die hat mich gesehen. Ich geh erstmal raus. Oh, der Oliver mit den Torns. Das? Ja, ja, na, Bruder. Organer ist blitz. Aber wie lange hast du keinen League gezockt? Bitte? Wie lange hast du keinen League gezockt? Boah, fast ein Jahr. Wie ist das? Biel geworden? Ja, Brutowelt. Ist klar. ich bin ich bin fast level 6 nach dem trip hier ja ich kann auch nicht können die könnte ich durchdruck ich weiß nicht ob du da unbedingt dass ich den trainer war eben einmal wird so ist muss das müssen wir das so wie top ist ich komme das pot gehen das pot gehen das pot gehen keine ahnung was hat nicht so gemacht vielleicht können wir da auch fallen sie hat ein protobelt vor am cut ready ah schöner flash ja ich hab mir nochmal sicher ja auch richtig achtung ok wir können das machen marian der bolt werden ich habe nur eine ultimate aber das sind turd bot lane first bar turd nehmen und dann top dann rotieren was seid ihr gerade alle so viele elo die leute sollen hier auch was von euch lernen lieber kein flash keine ahnung ich hab seit zwei langen kommentar nein ich bin platin 4 tschüss christoph deine wahre elo nicht deine ich spiel kein rank mehr elo ich spiel kein rank mehr danke ja wir pushen schon mal jetzt für ein t2 ja du kennst du geh mal ich geh mal bitte da ist eine riesige wait aber du kannst mal mit bleiben ne 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 bleib mal bei denn ich hab das gefühl dass die so wieder sofort platt kommt hin die haben auch ein gefühl ne so ist Sinne noch mehr zu viel gold wieso hätte besser mal mein guide geguckt hallo warte warte mal die leute die das sind doch bestimmt veteranen fans die werden uns erholen noch alle kennen von den ersten ja 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 da kommt der film noch das ist gelassen sagt seit jahren nicht ich habe nicht gezielt ich kann hier gleich sind die bieten habt ihr bock ja ich bin da ja gut da sehe ich aber ich habe auch richtig wieder jetzt für ein pinkwort holen die zwei hatte vorher nicht mitbekommen was funktioniert doch nicht ich dachte da wäre ein auto tech ja das spiel in drei minuten vorbei ist ihre schlangenweilung für keine ahnung fleisch mama ich habe kein fleisch mehr ja ich komme mit sie noch mal wir können ja auch bleiben wenn du bock hast ja ich habe ja dann ulti einfach kein mana jetzt 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 auch geil 99 mana man braucht 100 das sieht auf jeden fall gut aus ey Q da bleibst du einfach so stehen ok be ready ja da muss ich nichts mehr machen ja aber ich bin schein ulti schein ulti hab ich nicht mehr digga ja die kannst du jetzt doch zu mir sollen sagen ja von oliver werdet ihr nicht so viel mitbekommen der ist der bot auf der top lane ja von mir aus können wir diven ne lass mal lieber ja das wollen wir nicht ihr könnt gleich push mal die wave raus und geht dann in top lane also mit Kruse also der dann aus der base kommt hey der marian geht einfach mal hin oliver da könnte gleich der channel heute interessant sein holy shit dass der so viel schaden macht der bastard ich komme da spielst du nicht selber den charme ah jawoll dankeschön ich komme ihr seid jetzt per se ein bisschen deep die hat noch ein extra flash pass auf ja war nicht so gut gespielt fand ich auch nicht du bist eine dicke wave oh ich bin zu doof zum ulti ne ey das ding ist schon so fett und sieg trifft es trotzdem nicht jo hä ach bin ich wirklich zu dumm zum ulti ne mccain ist beim redbox könnte bestimmt noch holen ne der kommt hier über die wand ach da komm hier ran oh äh shen ulti shen ulti shen ulti der ist ja der oliver bäh bäh vielen dank oddy kannst du nicht bot gehen achso sechs jaja geht es mit breakers ja kannst du beim oddy eigentlich machen wenn er die wave da durch gepusht hat kannst du auch alleine glaube ich moment mal wenn ich einen pilz fresse kommt unter damit ist das denn findet ihr jetzt weiter krit ist schon spaßlos guck mal hier guck mal hier du kannst abfangen hm wie hast du Angst vor mir jetzt ernst die kommt nicht über deine wand damit holy shit oh oh na bitte ja ich glaube schon mal dann der eh noch überspringt ne ja jetzt wenn ein bisschen wie leh das mache läuft halt der eh ab und dann hab ich keine eh auf der keine ahnung alter wie viele brückling gar mehr schade schade tot fest auf ich komme entgegen ja das war ein bisschen ambitioniert das war von ihm auch ein bisschen ambitioniert aber liebst du da? ne jetzt jetzt da ist da ist da ist da ist aber jemand sauer da ist aber jemand erzürnt was denn was denn den old chat aus hab ich denn das geschrieben oder was? ei 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 old chat aus ich hab keine ahnung was du also das war einfach automatisch hm na klar mhm ich kümmere meinen zu uns wieder morgana hier wollen wir einfach einen 20 minuten nasch machen mit vayne meiser sollte es eigentlich gehen ne bockers ollie ja wir sehen halt nur drei leute auf dem da kann auch mehr sein er ging morgana da ist ein team da ist ein team ja ollie geh mal base und geht auf bot und da machen wir hier vier pressure rund um top und holen uns den nasch ja ich set die bot lane dann pusht die wieder zu dir kommen wir tim oh verlaufen kannst du ja oder sollst du tp ne ne tp nicht der macht ja viel schaden chenoid hier chenoid chenoid soll ihr da rein oder raus oder was? 4 Sekunden chenoid ach wie läuft gerne eider ja danke jaja echt ging da nochmal rein hier ja machen wir mit inhib ich darf ne Nash ach so 19 wir haben da so n kleines problem drin ja 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 und dann gehen wir trotzdem Nash ah ne doch doch was wir machen ja wir müssen drei sekunden warten ja das wäre doch noch gut wollen wir aber nicht ja gut da können ich den dann wieder einstellen und vielleicht können wir den herrl sogar noch vorher machen irgendwo bei game naja schauen wir nicht doch das ist hier trocken hier trocken ok jetzt geht es ja richtig los hier marian du machst du bist da jetzt rein ok jetzt machen wir das da kommen noch mehr nage nage das werde ich noch öfter wegen neuen jams also ich bin der gläde ich weiß nicht was ihr macht aber 3000 gold tschüss oh oh der tschuld oh shit ein äh äh schenoid schenoid ja beide ja beide kann man auch geben die autos oh wieder wegkommen warum lebt der immer noch verstehe ich nicht krall ich komm dir entgegen ja ja komm du weißt gar nichts ne was ich flash ja das war ihr normaler flash äh ja ja so da ist er noch boah wieviel schaden macht die xaya ey äh die macht gar keinen schaden weil sie komplett ja hab ich gesehen auf jeden fall ja wenn die da 10 federn hat dann macht sie halt damage ok wir aus der base gehen wir alle wieder zu nash dann machen wir da diesmal weniger bei marian bei einer 1 8 xaya wow aber was ist das für n damage broken ok wir machen erste hitförde ich mach erst deinen blubuff ich mach erst deinen blubuff ich bin vor dir äh ja und ach shit du kannst das sogar schaffen ja du schaffst doch ich hab flash go johnny ja ich hab immer so viel schaden go kein crit das hat mich auch ein bisschen gewundert um ehrlich zu sein ok jetzt mal ernsthaft warum hat's doch kein crit ach 80% crit das war doch auch kein static hab ich static ne aber da war doch kein static crit doch doch echt ja jetzt nash mit deinem push zuhause ja xaya xaya spot ja das ist free hab ich das Gefühl dass sie ein wenig angepisst ist da war der crit auf geht's Reutlinge ja was solider schaden ne ja jetzt einfach auf die drauf rennen und sie töten ja das muss man machen da ist schon dabei oh schade ok ganz schön am triaden hier ne das stimmt pass auf dir Timo ja erstmal den schade tschau gut alter was ist denn los bei der bei dem la 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 ja ja oh alter was ja gut morgetta lebt wieder voll wars damals wir haben zwei Sekunden wieder ult die morgetta ist genau so lang tot wie meine ult kuh dann hat oh da war meine ult kleiner kleiner hat Reutlinge tanken Arschloch ja ähm freunde nachts das war das war die erste folge von ähm fünf freunde haha schreibt meine kommentare wie ihr es findet die nächste folge kommt ähm ähm dienstag tschüss tschüss gut ek